Die E-Bastierungszone wird schwer getroffen und wir müssen ihnen etwas Zeit verschaffen. Ruhe! An alle! Die Landeszone wird unter schweren Beschussung. Weise Positionen ausfindig machen und angreifen. Wir haben uns gesichtet. Schärf, wir müssen reagieren. Wir haben uns weder einhalten. Riff urwestlich! Äh, Negativ 2-1. Alle verstrüffbare Tuchseinheiten sind mit notwendiger Kondierungen am Rottoment mit der Zeugung. Nach Westen zum Fliegebäude vorrücken und unter Stiftung geben. Ende. Das 1 hat bereits elf Panzerwagen für Schwerfeuer abgestogen. Over. Panzer 2-1, die Overlord. Die E-Bast gehen an der rottenden Ecke des Schwerfeuers in Stellung. Und obersten Stomberg, die ersten und zweite Gefeuersucht ausreifen. Over. Der Hecke! Der Panzerwagen von der Panzerwagen, der Panzerwagen, der Panzerwagen, der Panzerwagen, der Panzerwagen! Aufwand, der Panzerwagen! Stopp! Los, los, los! Bewege uns! Schwerfeuers! Vorrücken und auf der Schusslinie des Panzerwagen bleiben! Bewege uns! Los, los! Oberlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und rücken in die oberen Stockwerke vor. Verstanden. Oberlord bestätigt. Oberlord bestätigt. Oberlord, hier unter 2-1. Brücke vor zum Zwischengeschoss. Panzerwagen von Brigade Kampfteam 1 soll Feuer einstellen. Over. Verstanden, 2-1. Gute Jagen. Feinde unter Sperrfeuer in Sektion 2 Echo. Klar, 2-1. Das war das verdammte Kapital. Hunter 2-1. Feinde an der Westecke des vierten Stocks nehmen die Evakulierungszone unter Beschuss. Over. Verstanden, Oberlord. Rücken in den vierten Stock vor. Hesse. Oberlord, hier Hunter 2-1. Brücke vor zum Zwischengeschoss. Panzerwagen von Brigade Kampfteam 1 soll Feuer einstellen. Over. Verstanden, 2-1. Gute Jagen. Beide unter Sperrfeuer in Sektion 2 Echo. Klar, 2-1. Das war das verdammte Kapital. Hunter 2-1. Feinde an der Westecke des vierten Stocks nehmen die Evakuierungszone unter Beschuss. Over. Verstanden, Oberlord. Rücken in den vierten Stocks vor. Ende. Verstanden, Oberlord. Verstanden, Oberlord. Verstanden, Oberlord. Verstanden, Oberlord. Feindlicher Feuertruppe, Sektion 4 Charlie ausgeschaltet. Verstanden, 2-1. Oberlord, wir sind im vierten Stock. Rücken zur südwestlichen Ecke vor. Aktivität gesichtet. Auf die Sektoren achten. Überprüfen Sie diese Ecken. Verstanden, Oberlords. Überprüfen Sie diese Ecke. An alle Hunter-Einheiten. Ich sehe das feindliche Krähennetz in der Südwestecke. Vorrücken und ausschalten. Alles klar. Die Überkundierungsschule beim Bossex Monument meldet mehrere gestartete Transporter. Arbeitet es immer noch in Gefahr. Können Sie von Ihrer Position helfen? Over. Überstanden. Wir sitzen hier an der Munitionsflagge des Feindes. Wir gehen der Schicksalverdaten in der Munitionsflagge am Ende. An alle auf dieses Request. Hier ist die Washington Monument Evakuierungszug. Haben Feinde im Westen gesichtet und werden von dort beschossen. Ansatz 2-1. Feindliche Botengruppen werden in ihrer Position. Ganz ruhig. Unterbeschossen! Unterbeschossen! Hey! Wo schießt du hin? Ansatz 2-1. Empfehle Rüstung. Ich sehe sehr viele Feinde, die sich ihrer Position nähern. Negativ! Negativ! Feindliche Krähennetz in der Süden und Süden. Ramirez! Nehmen Sie diese Waffen und schalten Sie die feindlichen Fahrzeuge aus! Bewege! Panzer 2-1. Sie haben der Evakuierungszug eine wertvolle Zeit verschafft. Sehr gut. Und jetzt rauf auf der Stacht. Wir gehen nach Wasser! Alle warten, achtet! Die Ender mit der Sechse ist get쩍. Alle verbleibenden, die Unterichte, drei Seiten. Die Wege! Alle gehen weg! Alle Arten! 2-3. Wir haben hier los, haben wir los! Auf den Weg, los! Aber wir brauchen die Verwichter! Was soll die Zeit nachfragen? Los! Die Zeiten nehmen sich! Bewegung! Los! Los! Overlord, wir haben die Seals auf dem Dach getroffen und verschwitten jetzt. Frage, wurde das rosselnden Monument schon evakuiert? Over! Panker, hier D-2-1. In Position bei der Landezone auf dem Dach. Statusbericht. Negativ, D-2-1. Sie werden immer noch von Hits-Batelier und Langs-Batelier von Vor-Memorials ferngehalten. Sieht es gut aus. Over! Verstanden, Overlord. Wir geben Luftunterstützung. Ende! Wir geben Luftunterstützung. Wir geben Luftunterstützung. Wir geben Luftunterstützung. Wir geben Luftunterstützung. Rebound, nur die IT. Overlord, Sega-Fall-Fall ist getroffen und geht runter. Extra-Gebere verdrückt nach Vor-Memorials gesichert. Auf ein bisschen, bis sie ausgescheint sind. Endes 2-3, 2-4 und 2-10 sind alle weg. Ohneinheiten bei Landezone 4. Rückfall. Heimisches Kampfjungszeug startet auf 12 Uhr. Vor-Memorials. Jäger 2. Vor-Memorials-Batelier von der Hauptstrafe getroffen. Overlord an alle Einheiten. Ihre Funktion befehlen Irene. Wiederhole. Ihre Funktion befehlen Irene. Alle Mann, die sind die Wechsel. Die Wechsel. Die Wechsel. Die Wechsel. Overlord, wir sind getroffen, aber noch in der Luft. Am Jeuskinesperium ist eine riesige Raketenbatterie. Wir verlieren Höhekontrolle. Ich sag's euch. Wenn wir runtergehen, nehmen wir diese Raketensträule um mit aus. Wir sind getroffen, Mayday, Mayday, hier ist Engelsfeierheit. Wer ist erwischt? Es war! Hörst die Mähelle! Der Haufen ist der Dopp! Der Magazin! Samiris! Letztes Magazin! Jetzt geht es! Im Registro-Check! Es sind zu viele! Stort! Der letzte Magazin! Der Schraube hat es! Noch drei Magazine! Vor! Durchheimen, Corporal! Lass! Die Position verteilt! Spreak! Untertitelung des ZDF für funk, 2017